Nein! Sag mal! Also diese Wachen, die mag ich ja jetzt schon nicht, ne? Ey! Ey! Na komm her, du Steineschmeißer, du! Hoffentlich hat's wehgetan! Schauen wir mal, ne? So, kann ich jetzt endlich hier synchronisieren? Oh, endlich! Oh Gott, Freunde! So! Erstmal da drin! Eins von elf! Pff! Ja, mach ich auch! Was? Wieso dat denn? So! So! So, die ersten zwei sind eigentlich sehr schnell beseitigt worden. So! War das der letzte? Ich hoffe es! Doch riskiert dich besser nichts und eile heim! Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde! Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen! Das werde ich euch nie vergessen! Darf ich? Danke! So! Wettel! So! Ja, Mann! Wette, dass ich es kann? Du, er ist recht. Oh, Mann, 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 Mann. Schlimm hier, echt, ey. Autsch. Nein. So, machen wir hier mal kurz den zweiten Synchronisationspunkt. So. Aber den zweiten. Was ist das denn da? Bogenschützen ausschalten, okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt aber erst mal zum Büro. Da ist es doch. Hm. Ah, Altaïr. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Ghani von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden werden so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Joschafat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafi. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Also irgendwie habe ich das ganz dumme Gefühl, dass wir hier in dieser Stadt noch viele, viele Schwierigkeiten bekommen werden. So, was haben wir denn hier? Ne, ne, was können wir denn mal machen? Äh, wir sind hier. Ach, kommen wir jetzt, machen wir erstmal den Dörer. Ich war doch da rein. Was erscheint im Heile zu sein? So. Ups. Hier sind Synchronisationsende, da ist aber eine Flagge. Eee, lass mich mal raus da. Danke. Ey, sobald man... Subjekt hat momentan keine Zugriffen in Erinnerung. Ey, sobald man irgendeinen anrempelt, aus besten Gründen auch und immer, sind die direkt sauer. So. Ich glaube, ich muss mal noch rum. Ich glaube, ich muss mal noch rum. Ach, wer wohl ein Wohl für sein Wohl. So dreckiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Mach doch! Du wirst bluten. Ach, wer? Mann. So. Jetzt ist Feierabend hier. Autsch. Und der letzte. Was? Die stehe mich dort direkt auf die leichte Schulter. Sie sagt nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Bösen in den Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Gut, machen wir mal den Aussitzpunkt hier. komm ich doch hoch ja da will ich denn da komme ich hoch aber was ist das hier für eine gegend ja ich dachte wir schon tot was ist geschehen ja was ist geschehen keine ahnung so der nächste aussicht er darf ich erst mal fertig synchronisieren danke wo ist er wohl so du solltest vielleicht erst mal ein bisschen zielen lernen und dann reden wir weiter so was haben wir hier äh nix wo soll das sein naja jetzt hat der todesprung ja doch noch funktioniert wo soll das denn sein gut machen wir jetzt oh guck mal hier sind wir direkt da in der nähe 32 nein falsch nein komisch was ist denn komisch nein auch nicht so ich glaube jetzt sind wir auf dem richtigen weg das kostet euch euren Hals ich höre sie schon du dreckiger Dieb dafür hacke ich dir die Hände ab nein will mir denn niemand helfen will mir denn niemand helfen hey sorry ach da so den habe ich gut überrascht der nächste bitte so heute ist Fortuna auf meiner Seite nur Gott allein weiß was diese Männer mit mir anstellen wollte ein Glück dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet Fremder mein Gatte wird von eurem Mut erfahren kein Thema so das hätten wir auch jetzt sind wir ja da dann machen wir den Synchronisationspunkt und wir müssten auch vielleicht mal Taschendiebstahl da sind wir ja da auch direkt da in der Nähe das ist ein böses Omen Assassine hier drüben doch komm her du hast keine Chance was ist das denn für einer was bist du für einer keine Ahnung was du für einer bist ich schätze wir müssen wir bestimmt irgendwann mal was was hier strafaziert meine Geduld er wird noch jemanden verletzt na gut dann geht's halt so ich glaube nämlich dass ich da rein muss ich glaube das war ein Film ich glaube das war ein Film was hast du da was hast du da Blunder der Mann besaß nichts von Wert nur eine verdammte Röhre alles was ich fand war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien das ist nicht unsinnig das sind Lettern und Worte warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre Verschwendung wenn du mich fragst muss wichtig sein gib her und ich sehe es mir an so wie letztes Mal ich lass mich nicht von dir bestehen bist du gerissen viel Vergnügen damit wie heißt es so schön wenn sich zwei streiten freut sich der dritte ich hab euch gesehen das durfte ich nicht nehmen mach es shit ja ist ja noch einmal gut dann machen wir das noch einmal verdammt wo ist der Heide der dafür verantwortlich ist was ich bin hier hast du was dagegen das gibt's nicht dafür musst du jetzt sterben und du auch oder ich ujo das wenn ihr mal her ujo 3 und es werden immer mehr halleluja ach guck mal du feigling mal lass ihn laufen jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber ja endlich geht doch jetzt kannst du weiterlaufen das ist ein böses oben ruhige minute habe dann will ich mal auf die karte gucken da bin ich jetzt auch mal da könnten wir da den bürger retten dann aussichts auch gottchen da kann man ja noch so viel machen wir machen erstmal den bürger ich hab ihn gehört sorry ich sollte euch auf der stelle erscheinen was hab ich denn falsch gemacht du willst wieder schlagen wir müssen da gar nicht angehbar genauer angehbar Ojo, das sind aber viele. Noch zwei Einer. So, noch drei, noch zwei, noch eins. Kann ich jetzt die Frau retten? So, fädelst du eigentlich so schnell mit deinem Schnelldjahr um? Du kannst doch eh nix. Wo zum Geier steckt die? Oh, das gibt's nicht. Wo zum Geier steckt die? Hey! Schrei, wie du willst, es wird nicht ändern. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann, es gibt keinen Ausweg. Halt es ein, bitte, hier tut mir weh. Ah, da unten. Hey, das macht Spaß. Ja, ich will hier rüber. Oh. Hört nur, wie er jammert. Er muss den Verstand verloren haben. Ihr Berwig. Ich hab doch nichts getan. Warum tut ihr das nur? Hey, das macht Spaß. Unfortmönch. Äh. So, der erste ist weg. Der zweite ist weg. Der dritte. Der vierte. Ich kann nichts sehen. Aber trotzdem. Nein. Bitte. 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 Halt. War das der letzte? Ich hoffe es. Ah, Freude, Freude, Freude. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Die sind wirklich düstere Tage. Perfekt. So, was nehmen wir als nächstes? Äh. Kommt der Aussichtspunkt. Nee, nicht gelehrt. Ich will den Aussichtspunkt haben. Der dürfte ja auch hier in der Nähe sein, ja. Wie achtlos kann man denn sein? Äh. Ich schätze wohl das wird da sein. Ich zeig dir, wer jetzt nichts zu suchen hat. Ich strecke dich nieder! Huch! Nein! Kehrt euch Feuer!